heute wird herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ach jetzt doch selbst von welchem spiel wir in der weitere folge spielen wozu sage ich das überhaupt noch am anfang wie man feststellt der letzten aufnahme ist mein controller komplett flüten gegangen seitdem ist er kaputt und ich lenke die ganze zeit nach links warum hier sind schon wieder leider fest und mutter das und habe ich das jetzt handhaben weil mit dem kaputten controller was ich irgendwie mal gucken ich hoffe es würde sich zu so großen problemen führen aua ein schlangen der dicke ist reingerannt das ist diese maus einfach so unglaublich naja wenn zerstören an wer wer sich legen der das stimmt aber mit zerstörung eingeschaltet ist auch scheiße ich kann mir nicht mal pfeile bauen weil ich nicht genug federn habe das ist schlecht dann wollen wir überhaupt noch bauen wir sollten also mal wirklich zu sehen dass wir in die letzte höhe kommen den endboss diese sind keine federn im vogelhaus scheiße ich glaube ich habe das mutanten häuschen gar nicht mitgenommen weil ich voll bin voll bin voll bin voll bin oh ney oh drehe dich nicht ja in der tat ich habe es liegen lassen weil ich maximal voll bin ich hasse diesen controller übrigens mittlerweile liegt der standardpreis von den neuen controller nicht mal bei 60 sondern bei 70 oder 80 euro also ich habe letztens im internet nahe hättet wegen neuner controller und da habe ich kontrolle für 20 euro eigentlich alle nur für 20 euro das auch offizielle kontroller weiß ich nicht die lizenziert sind weil ich würde mir keinen nicht lizenzierten wollen kann der mich bitte in ruhe lassen ach man ey dass der sich immer dreht jetzt hier ja ich mag die ich mag die ich ja nicht oh man ich glaube die fischer mögen uns genauso wenig die mögen nicht ihhh Alter wie viele ähhh wie viele viele finger ich an meinem arm hatte durch die rüstung wie die einfach alle da rein laufen warte warte ich reloade für euch wie ich sie kann oh die tja warte warte ich reloade nochmal die nächsten können rein oder schlagt euch gegenseitig das ist auch gut nicht mich wo haben wir denn schon wieder unsere manieren gelassen ha ich kann doch nochmal gleich holen gehen was der hat die falle ausgelöst und ist nicht gestorben er hackt den video games ok ein bisschen ersatz rüstung ey rüst er da einfach von seinen kollegen hat er mir ne rüstung kaputt gehauen ja hat er schäm dich Mist ein knorren fehlt mir natürlich so so ähm so dann nehm och dreh dich doch nicht immer scheiß controller ey hallo das werden in Zukunft schreckliche aufnahmen das sag ich dir jetzt schon mhm er dreht sich wieder er ist wie so ein kleiner wie so ein kleiner scheißhund alter na nimm doch den controller von deinem Bruder ja kann ich auch machen er ist halt wirklich wie so ein dämlicher Köter der ständig ankommt und dir ans Bein springen möchte warst du Dieter? nein der controller achso und du sagst dir tausendmal nein nein du warst mit ihm in der Hundeschule dem wurde beigebracht das soll er nicht machen und der macht es trotzdem immer wieder weil er scheiße dumm ist ich glaube nächste Aufnahme nämlich auch den anderen ich geh mal zu unserer alten Base was ist denn da hinten los? warte weißt du was ich komm mit warte weißt du was ich komm mit warte weißt du was ich komm mit bin da äh da sind schon wieder Ohrenwohner lauert mir einfach hier ne Frau im dunklen Wald auf wovon träumt die Olscha eigentlich nachts? zack 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 Licht ich bin sogar am überlegen ob ich nach der Forrest nicht Arc Staffel 2 einläute sondern? sondern mal einfach mal kein Survival Games spiele ja was willst du denn dann machen? sowas wie Spiderman oder so achso ich hab mir noch einiges auf Tasche wieder für Copyright oder was? hat sich geklärt echt? ja und? wurde gleich am nächsten Tag wieder zurück gezogen achso muss wahrscheinlich ein Fehler gewesen sein ach wir haben zufällig den falschen erwischt ja kann ja sein dass das irgendwie ein Bot äh geregelt hat die dann benachrichtigt wurden und dann gesehen haben ja gut hat der Bot sich fehler entschieden kann ja sein das ist eine alte Hütte ja die nie fertig geworden ist ach die ist fertig aus einem bestimmten künstlerischen Ansichtspunkt ist sie fertig ja bei mir hatte sie grad kein Dach und keine Wände äh die Tür geht auch nicht auf aus spring achso ja ist nur ein bisschen schwer der Controller will schon wieder alles drehen von innen verschließbar ich war so gut die Sache ist rein theoretisch könnte ich etwas bauen wo ich dich von außen äh einsperren kann oh die Kirche das ist verhoffene Sache bei mir ist hier gar nichts Hilfe ich bin jetzt in der Kirche drin ich bin schon in ich bin durch die Wand wieder durchgelaufen ja genau die Kirche die mit Schädelknochen beleuchtet wird ich öffne hier mal die ganzen Koffer in unserer Base ach ja so ein heiliger Ort ich kann mal gucken ob ich hier ja ich hab hier mal ein bisschen was eingepflanzt bei dir sind die Koffer responde hier ist mein ganzes Lager fucking shit wir sind noch die Koffer kann man ich lass doch keine Knochen hier oh die sind Federn ach 30 hier ist Molotow den Bomben Mamas Molotow Molotow Gimmy 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 fucking Controller das Dynamit oh mein Gott bitte hör auf damit Controller einmal Dynamit bei mir gewesen und sie steht sind sicher als schlecht sind die sind noch frisch die sind noch frisch das lass ich die mal hängen auch wenn die bei mir einfach nur schwarz sind ja bei mir auch nein ich hab dreckiges Wasser getrunken du machst mich auch wollte ich doch nicht oh alter der Controller stop it hier sind Snickers stop it ganz viele Snickers ich wechsle jetzt den Controller ich finde ich hier die Base uika cool New Controller hier sind auch noch Molotows falls sowas haben willst ab jetzt unten alles voll ich gucke ich mich einfach auf die Apokalypse vorbereitet da kannst du mal gucken in welcher Höhle der Endboss ist äh wir müssen ins Loch ne ach echt? ja scheiße hast du echt vergessen dass der Endboss im Loch war? ja Gehirn mein Gehirn ist wie mein Controller komplette Marsch ey dieser scheiß Neugeltufter komm her da ist auch noch Wasser das kann ich eigentlich auch gleich mal mitnehmen Alter wo kann ich denn so ein Schildkrötenauffangwassergerät kann man zweimal ähm mit dem Wasserschlauch benutzen also wenn das einmal voll ist kannst du es zweimal rauflaugen ach guck mal hier ist unser oh hast du da grad was angepflanzt ich hab grad erst was eingepflanzt ach so ich glaube es sind nicht auch immer alle Orvira bei uns am Teich ich weiß es nicht auch kann ich den Vogel nicht tragen? oh oh woops wo ist der Vogel denn? scheiße okay äh Heidelbeeren sollte ich vielleicht nochmal sammeln ganz nötig oh less wie nah jest w we 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 Ah, draußen ist ein Dicker. Hört sich zumindest so an. Ja, hier wird ein Dicker und ein Peter sein. Penis Man. Ja, und da ist der fette Haufen. Ich glaube, der fette hat gerade den Wohinwohner umgebüllert. Ja, und da ist der fette Haufen. Ja, und da ist der fette Haufen. Ja, wohin des Weges, der Hässlichen? Wo gab's die Seite, wo man die Toten spawnen konnte? Ich kann keine Toten bauen. Ich kann keine Toten bauen. Ich bin der fette Haufen. Ich bin der fette Haufen. Ich bin der fette Haufen. Ja, klar. Einfach mobben. Oh, er macht die Rückwärtsrolle. Komm, bitte zeig, dass deine KI dumm ist. Oh, shit. Ja, natürlich muss ich gegen so ein scheiß Ding laufen. Alter. Oh, nee, das ist okay. Hab ich schon mal gesagt, dass ich ihn hasse? Boah, Outplayed. Richtig gut Outplayed sogar. Bist du hier durchgegangen? Ja. Warte, weißt du, ich schiet den Videogames. Ja. Oh, loo, das sind die Fieser vom Start. Äh, die brauche ich. Oh, Aua. Oh, ich bin erschreckt, Alter. Gott, hier ist ja noch ein Saar. Ja, irgendwo ist noch ein zweiter. Ja, da kommt er angelaufen. Fällst du bitte mal den... Oh, what? Erst einfach mal den Baum hoch. So, die Leichen nehme ich mal mit. Wart sie da hin? Ugly little bitch. Oh. Oh, you are ugly as fuck. Come on. Oh. He he he. Okay. Okay. Hey, da kann der auch von nicht zu treffen. Junge, hör doch auf. Hör doch auf. Junge, hör auf. Au. Stupid fuckhead. Oh, ein Wichser, oder? In die ganze Zeit schon... Oh. Toll. Dein Typ schon tot? Ja. Deiner auch? Der andere liegt am Lagerfeuer. Nice. Okay. Das läuft doch schon mal ganz... Ist jetzt irgendwie so langsam. Ganz okay. Okay, ich hab ne Bitter für an dich. Ja. Geh mal in die Kirche rein. Okay. Gleich los. Und dann baust du hinter dem Pult ein eigenes Toten. Toll, der UN-Wohner ist weg. Den ich ins Haus gelegt hab. Aber spätestens nächste Folge nehmen wir Kurs aufs Loch zu. Also ich müsste erst mal... Also Bomben und Molotows hab ich genug. Ich hab eine Kopfbombe. Fünf normale Bomben. Warte. Die mach ich vielleicht mal zu Klebebomben. Meinst du, ich soll in der Küche ein Toten bauen? Ja, hinter dem Pult. Okay. Da wollte ich nämlich dann oben Kopf hinmachen, an der Seite zwei Arme und zwei Beine. Okay. Perfekt. Jetzt fehlen mir nur noch Arme und Beine. Ich hätte hier ein Bein. Dann mach das mal so, dass der so gespreizt steht, damit man die Beine ausübt. Weil's das geht. Ist das hässlich. Die Arme mach ich dran, die Arme mach ich dran. Ich hab da ne Idee. Okay. Du musst doch irgendwo noch ein Wohner rumlaufen. Regenbogen! Was? Ach, lol! Und er ist auch schon wieder weg. Und weg. Hat es überhaupt geregnet? Nein. Kross. Du musst doch... Oh, ein Stürm-Totem sind ja auch Sachen. Ja, war nicht alle. Na, Kopf... Du Sachen? Nee. Oder? Doch, der hat ein Bein. Ich geh das Bein dazu platzieren. Ich muss auch unbedingt zwei Arme kriegen. Ich hab vergesst, den Vogel mitzunehmen. Hast du ein bisschen Fleisch im Inventar? Nee, ich hab auch Snickers. Und in unserer Base-Store auch noch Fleisch. Fisch. Stimmt. Aber das mit dem Toten finde ich eine super Idee. Ja. Kannst du mir auch gleich mal was aufs Lagerfeuer packen? Äh, ja. Ich kann zwei Fische schnell fahren. Kann man trockenen Fleisch nicht einfach so essen? Kann man. Aber es gibt jetzt frisch einen Fisch, mein Freund. Vorausgesetzt, ich kriege zwei. Ich hab gegessen. Und hier liegt auch... Hier ist auch... Hier ist ein Fisch. Den kann ich dir geben. Ach, scheiß drauf. Ich hab einen. Okay. Dann häng ich den wieder an. Okay. Wieso werden die Fische bei uns in der Tasche, äh, blöd? Und wenn sie da einfach nur an so einem Ding hängen, passiert denen nichts. Keine Ahnung. Wofür gibt es den Sarg? Einfach so. Ich würde so, gibt's ne Kirche. Stimmt. Hab ich eigentlich noch irgendwas Schönes gefunden hier? Nein. Da hab ich die Sachen eigentlich nicht gleich abgehakt. Scheiße, brauchen wir nicht noch erst noch alle Stücke von Timis Spielzeug? Nee, brauchen wir nicht. Das nur... Kann man... Kann man machen, muss man nicht. Was soll ich denn? Dann halt... Die Sachen dann... Und das wollen wir auch, glaub ich, nur machen, wenn wir Timi wiederbeleben... Ja, gut. Ich will das richtige Ende erreichen. Ja, es gibt zwei Enden. Es gibt zwei Enden. Einmal ein Ende, wo wir Timi wiederbeleben und einmal ein Ende, wo wir weiter auf der Map spielen können. Also, ich würde ja eher das nehmen, wo wir Timi nicht wiederbeleben. Oder wir beleben ihn wieder. Und ich mache dann die Aufnahme und wir gestalten einfach das Spiel aus, beide gleichzeitig. Also, ich würde ja schon eher das nehmen, wo wir einfach nur so weiter auf der Map spielen können. Du meinst, das, wo wir das Flugzeug abstürzen lassen? Ja. Hm. Oder? Nee, da... Bei dem Ende dürfen wir das Flugzeug nicht abstürzen lassen. Na, dann ist langweilig. Dann müssen wir das Flugzeug abstürzen lassen. Nee, warte, ich guck mir grad noch mal die Enden an. Oder wir machen eine Staffel 2 irgendwann. Und dann machen wir auch so, dass wir da länger durch spielen. Das können wir auch machen. Dann machen wir diesmal das Ending, wo wir Timi retten. Und dann in der zweiten Staffel machen wir das so, dass wir das andere Ending machen und dann weiterspielen. Ich meine, das Spiel ist schnell durch, von daher... ... So, halt dein Maul. jetzt wahrscheinlich noch von anfang an dadurch wahrscheinlich jedes video geht nur sieben minuten ok er hat die party verlassen wo ist denn jetzt der vogel hin da ist er natürlich auch klar dass wenn man das ende macht genau in dem momenten flugzeug über die insel fliegt er ist so dass sie mich eigentlich geschlagen nein hat sich abgeworfen mit einem stein ich guck mal wer jetzt noch einen schnellen ureinwohner kriegen hier aber wenn wir das ende mit mit timmy nicht wiederbeleben machen dann kriegen wir noch ein item was unloggt aber auch weg lockt ja das machen wir alles in staffel 2 weil wenn wir das jetzt erstmal durchspielen haben wir das schon mal an sich fertig und in staffel 2 können uns der zeit lassen wenn wir jetzt das machen das zweite ending machen dann wissen wir nicht wann wir aufhören damit weil wir dann ja unendlich lange spielen können rein theoretisch das immer das erstes ende machen und dann das zweite ist wahrscheinlich noch nicht mehr obama aber egal nein der fernsehmoderator ist nicht obama es ist keine ahnung wovon wir gerade reden die wirklich nicht das ending kennen denken sich jetzt bitte was hört auf zu reden bitte ich stimme euch so das zweite ende frag mich was für eine stimme du in staffel 3 haben wirst ich ja deine stimme ändert sich ja bestimmt noch mal kommst du jetzt erst ein stimmen bruch das sind tiefere stimme als ich und das ist und das ist auch nicht schwer und stimme ist relativ hoch von daher aber was du für den ersten aufnahmen für eine stimme hast ich meine die ist so hoch als würde ich ein kleines kind aufnehmen das tote hast du arme gefunden nur seit er nicht weißt du jetzt wo wir orenvoller brauchen kommen wieder keiner na gut beim zweiten ende fackelt man ein bild von timi ab ich hatte ich finde mein neues Leben gut keine steuern ja nein nein ich habe den blaubeer push umgelegt der wie es kommt ja warte doch na gut ich suche jetzt noch mal oder wir suchen jetzt hier noch mal weiter und wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin ausrein bleib gesund und rate timi los oh o o o o o o o o o Untertitelung des ZDF, 2020